Hallo und herzlich willkommen zur bereits sechsten Ausgabe von Blasser und Teurer aktuell TV. Erstmalig melden wir uns direkt vom Ort des Geschehens. Wir befinden uns hier in der Ersatzteile-Versandabteilung von Blasser und Teurer. Und die richtigen Teile rasch an unsere Kunden zu liefern, das erfordert höchste Sorgfalt. Rund eine Million Original-Ersatz- und Verschleißteile werden hier verwaltet. Davon liegen mehr als 50.000 ständig auf Lager. Jährlich gehen über 7 Millionen Einzelteile in den Versand. Dennoch ist eine individuelle Zusammenstellung der Sendungen eine Grundvoraussetzung. Stahlteile benötigen eine extrem dauerhafte Konservierung. Denn oft weiß man nicht, wie lange der Transport dauert und schon gar nicht, wann sie zum Einsatz kommen. Nur speziell behandeltes Holz, das entsprechend zertifiziert ist, darf verwendet werden. Erkennbar an diesem Symbol. Das Gewicht spielt bei den Versandkosten die zentrale Rolle. Hier sind die Versandspezialisten besonders gefordert. Höchstmögliche Transportsicherheit bei möglichst geringem Verpackungsgewicht. Sorgfältig ausgewählte Spediteure führen weltweit die zeitgerechte und zuverlässige Zustellung durch. , das wird das Gewicht erwähnt.